Ganz schönes Gekletter hier an den Tangle Creek Falls. Ordentlich Wurzeln und so. Muss man nicht aufpassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 San Bapta Falls. Was ein spektakulärer Wasserfall hier. Aber der Weg ist ganz schön sketchy. Vor allem wenn man passende Schuhe an hat. Ein bisschen gefährlich. Ja, guten Morgen von den Athabasca Falls. Erster Regentag heute. Aber man sagt ja, Wasserfälle kann man auch sehr gut im Regen fotografieren. Insofern werde ich das jetzt machen und sind auch schon ziemlich eindrucksvoll. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020